Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video zu Far Cry 6, Leute. Das Game ist absolut geil, wenn man die Vorgänger nicht gezockt hat, weil viele Zuschauer berichten mir, auch Streamerkollegen, Kolleginnen diverse, dass 3, 4 und 5 sich sehr mit 6 ähneln. Gott sei Dank, oder zum Glück, man weiß es nicht genau, habe ich diese Teile nicht gespielt, dementsprechend bin ich ultra gehypt auf dieses Game, habe jetzt 29 Spielstunden, bin bei 56% Spielfortschritt, habe, ja, ich sag mal so anderthalb Gebiete, kommt eigentlich gut hin, erobert, muss jetzt noch zum dritten und ja, wir machen, also es ist einfach Wahnsinn, das Game bockt. Wenn ihr wissen wollt, was meine Top-Punkte sind, warum man sich das Spiel gönnen sollte, gerne mal Videobeschreibung beziehungsweise Kommentare abchecken, reinschreiben, dies, das und dann machen wir ein Video dazu. Es gibt aber zwei Kreditpunkte, das eine, was ich euch zeigen will, ist das hier. Achtet mal ganz genau auf die FPS-Zahl oben links. Ihr seht oben links, ganze Zeit 30 beziehungsweise 31 FPS. Die Cutscenes, die Zwischensequenzen sehen wirklich bombastisch gut aus, das haben sie echt gut getroffen. Aber warum zum Teufel müssen die die ganze Zeit auf so kleinere Qualität das Ganze machen? Tut das Not? Nein, tut's nicht. Das muss doch nicht sein. Das ist doch Blödsinn. Zudem, der Elb-Präsidente quasi fast ausschließlich, also beziehungsweise momentan nur, nach zumindest 56% Spielfortschritt, nur per Cutscenen reinkommt. Das ist doch doof. Also Ubisoft, da hättet ihr ein bisschen mehr ranklotzen können. Wenn schon so eine Cutscenes, dann doch auch flüssig, oder? Also ich meine, es muss ja nicht alles in 144 Hertz oder noch mehr sein, aber ein bisschen mehr. Also ich meine, selbst 60, das wäre doch schon gut gewesen, oder? Wenn ihr mehr Infos haben wollt, warum man sich Farquay gönnen sollte, oder was auch Gegeneinkauf spricht, wie gesagt, einfach mal unten die Kommentare auschecken, ich werde es beantworten, werde vielleicht auch zu den einzelnen Kommentaren ein Video machen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir da schön weiter reingehen, und ja, was soll ich sagen? Es macht einfach mega Bock. So sieht's aus. Euer Invertmaster.